Wir haben ein Dieb unter uns. Bei diesem Scheiß-Transport kommt Geld weg. Kannst du es beweisen? Ich brauche keine Beweise. Latif! Wenn du einen Mann lässt, wirst du nicht hier sitzen und mach Geld fragen. Das ist keine Sparkasse, das ist Strip-Tub. Denkst du, die Frauen haben, die Anzüge an? Nein! Fick dich! Helfen sie uns, und wir helfen ihnen. Was, wenn sie uns abhören? Was für abhören. Du unterschätzt ihn. Du unterschätzt deinen Bruder. Lass los! Du Wichser, drohst du mir in meiner Wohnung, hä? Gib mir meine Kinder an! Es geht doch um unsere Kinder, Mann! Der wird jeden von uns Einzelnen töten, da schwöre ich dir. Zugriff jetzt! Zuhause! Ja! Für was ist der Fest? Wir können keinem mehr trauen.